Hallo und herzlich willkommen! Hallo! Ist ja auch aufgefallen, dass wir es immer machen, dass wir unsere Stimmen so scheiße machen. Ja, aber wir können es zwar richtig machen. Hallo! Oh! Ich kann das gar nicht mehr! Was denn? Ganz kritisch sprechen. Hallo! Hallo! Okay, wir wollen diese Vorrede zur nächsten... Die will ich aber jetzt nicht mehr liegen. Was fehlt denn noch? Ich bin voll mit meinem Wetter. Echt, was hast du? Anne, warte ich mache hier noch eine... Hier ist so, dann kann ich noch Harz da. Ich habe die Exit-Chips. Das ist ja nicht. Was hast du denn? Ja, ne, habe ich gerade freigemacht. Ich weiß. Äh, dann wurde... Äh, woraus macht man... Warte, woraus macht man noch mal... Sonne aus, äh, Malachid. Ach, ich habe auch noch Platz frei! Äh, ne, im Harz mit. Hat ich georgen. Echt? Ne, ich glaube, ich nehme Zink mit. Ne, ne, ich mache auch WQ50. Ich... nein, wofür Zink, Bro? Guck mal, wie Batterien wir da hatten. Nein, ich glaube, für... Ich will eine Relegierung brauchen Sie noch Zink. Ich nehme das mit. Äh, ich will ein geschmolzenes Aluminium haben. Scheiße. Den Problem hatten wir letztes Mal, dass sie dann erstmal Aluminium holen mussten für die Erdzentrifuge. Scheiße, dann nehme ich jetzt Outing mit. Äh, ne, warte, wie viel Aluminium brauchen wir denn? Für? Nur eins eigentlich. Ja, dann nur eins. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal in der Höhle zu suchen für ein Aluminium. Ja, wir haben doch hier eine Höhle, bist du komplett blöd? Ja, aber in der Höhle zu suchen. Ja, okay. Also, ich habe noch zwei. Da mache ich das kurz. Hier. Ja, nicht. So, hier vorne. Ah, stimmt, ich habe mir doch zusammengebuddelt. Äh, warum kann man die nicht leiden? Äh, nur weil du nur ein bisschen mussvoller holst. Ne, geh nicht. Kann ich einfach runter jumpen und damit den Jetpack? Nein. Dann hinten ist Wolfram. Brauchen wir hier Salaminium. Ah, entschuldig, ja, das hab ich doch schon letztes Mal gefunden. Zuerst mal hier. So. Eins, zwei, oder soll ich zwei mitnehmen einfach? Eins, eins, eins. Dann brauchen wir keine Zwiebel. Ne, dann nehme ich Harz mit dann noch! Ja, ja. So, ein Lazeret. Ja, ja. Auf neuestem kleinen kleines Mrs. Gibberes. Äh, wieder einen Kupfer. Müsst ihr mir nicht, wie wir denken es. Nein. Ja, doch, wir haben doch nur ein Video geguckt. Nein, hier steht es. auf dem nächsten auf dem nächsten können die gebildet ist hier stehen mal an die und das ist super deswegen brauchen wir keine Arbeit ich will nicht ach genau ich wollte noch einen Harz machen du hast aber den IQ-Zick gemacht unten mit ins Feld genau deswegen habe ich noch einen Zick mit einem genau jetzt kann ich ein Aluminium mit dem keinen Warnung 50 ach so ich habe hier den QTR-RTG ich habe mich kurz gefragt was es ist du musst übrigens gar keinen Zick mitnehmen ich weiß ein Aluminium mir ist noch ein Harz haben wir noch irgendwo in der Base Harz oder muss ich jetzt welches haben gehen ne ich mache eher als ein Vogel woher habe ich die Scheiße gut aufgebaut musst du aber noch mehr HVG ne muss ich nicht ich habe dort Kanister voll eigentlich lohnt sich auch hier gelacht fination du weißt du nicht Gute RTG wie er hat immer hier dann ist auch nämlich zu lang ihr abströpsel Schüttel es ist doch nicht so gut Rachen verstehen ich glaube dass wir einmal vertreten an die Folge dieses überlachen der Liga verringert der TG zu klauen ich wette, das ging früher ne ne, nur ich konnte dir das damals klauen ne, ich konnte dir auch mal was klauen im Video ne, nur zwei Sauerstofffilter mit ach so, ja ok, dafür hab ich halt zwei Kanäte das ist ja kein Sauerstofffilter, oder? brauche ich auch nicht, hab ich auch letztes Mal nicht gebraucht hast mich überzeugt, lass mich leeren Kanister hier und mach das hier nein, was, hier liegt noch ein Glas ich weiß, das hab ich auch genommen lass es doch, es gibt keinen Platz frei oder braucht man Quarz? JA, ich konnte es abnehmen ja, ich konnte es abnehmen ne, weil ich gerade, ich weiß warum nein, 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 ich kann es auch Sauerstofffilter, hier, Sauerstofffilter guck mal, ich kann einen alten Mann, hör doch auf Digga, warte, braucht ein Sauerstofffilter, ein Harz, oder was? ähm, nein nein nein, 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 ich benutze Sauerstoffpunk nicht Fehler ah, hier, genau so, wir haben ja auch unser Base-Signal, das ist orange ich weiß nicht mal, ob ich den Jetpack mitnehmen will irgendwie braucht man den? hm hm oh, du hast zwei find ich cool find ich cool ich kann auch, aber kann dir gerne ein abgeben, hm hm ja, okay, wenn hey Digga, dein Ernst das ist einfach ein Keramik eingebaut, ne? ne, du, das ist halt wie geil ich rette es das ist mach du mir wieder hin nein, ich freig vor, ne? nein, 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 okay, komm ich das sei jetzt in einem Loch hast du Sauerstoffgenerator mitgenommen? was? Hallo wir haben kein Sauerstoffgenerator überredest Generator, nicht den kleinen, den großen yeah die Verbindung dann, okay, gut äh, dann, äh drauf da hm, sind beide äh ne, warte kurz haben wir noch einen Stein hier? ja, ich... ja, übertreib doch okay, alles gut okay, drei zwei eins go fuck fuck c uuh, dummer ja, ich bin voll ja, okay jetzt ist es unentschieden äh, welchen ist der Digi-Bot? äh, Kalidor ja, aber wie sieht der aus? äh, der nächste äh, rot mit roten Kalidor, ich weiß doch ob ich ja äh, der erste Morbett so, warte, bis ich in der Alienstation äh, das ist eine Alienstation das ist aber kein Wort in der Nähe, wir warten ein bisschen äh, da vorne ist einer ich geh da vorne wo ist der? ich muss warten da vorne das Team in der Nähe ah, da hinten? wow, das ist ne Wuste so, jetzt muss ich erstmal mein Schiff zur Alienstation tragen, oder? ich könnte die wir gehen nach rechts ich könnte die Stationen unten aktivieren aber ich kann meine Rackete nicht mit ne, ich lass sie machen ja, kostet unsere Rackete nicht nur Aluminium ja, aber die ja, ne wir würden uns doch eh wieder Buggys machen, wie immer du kommst doch dort hin, wo ich bin, gell? mhm okay egal, es fad mich ab, ich klau die ganze Zeit aus Versehen die Batterien aus der Rakete, anstatt die Rakete zu tragen ja, gut, ich kann die in die Hand nehmen, die Rakete wo bist du denn überhaupt, ist es ins Berg? äh, ich bin auf, äh, bei so einer Alienbase bist du hier? und die sagen wir da einfach nur nach oben du siehst mich angezeigt ne, nicht ne, nicht das ist ein Paktusse Kakteen meinte ich ähm oh, ja ne, ich weiß nicht ich warte, bis du hier bist und entscheiden wir ne, das ist cooler so ah, da bist du ich würd sagen, diesmal sind wir nicht so an der unteren Seite, sondern so an der oberen ja, ja war gar kein Recht zu entscheiden ist sie hier nicht so? ja nein, genau schädig soll ich ja eine Verbindung zu dir bauen? ne, die kommen doch direkt, äh äh, hast du einen kleinen Drucker mitgenommen eigentlich? hm, nein, das war doch nicht ey, warte, ne, ich weiß nicht, soll wie unten an die Alienbase oder? ich warte bis hier, ich kann mich nicht oh, nein, hier ist cool hier ist cool da warte mal ich mach hier ne gerade eben, nein, einmal kurz oh, wie geil, oh ja hä, meine Maus kaputt, die baut auch von automatisch ab, ok, gut okay, ich kann zu lang gerechtig gerade machen, weil ich dachte so, dass ich auf diese Seite gehe so, hallo hallo da, komm mal auf die andere Seite da, komm mal auf die andere da sieht auch cool aus oh, die Säule sind auch nicht ganz so aus, sonst heißt ja die gerne bist nicht verarscht ja, ich hab's bisschen verkackt, aber ja, ohne das Grau sah's cool aus aber wie cool ist aus willst du hier so eine Fläche machen? ja, dachte ich so, du machst es gerade, du bist der Gute von uns wo ist denn hier gerade Fläche? ja, das war nicht gerade ist das hier gerade? ja, ne nein, das geht da unten glaube ich ein bisschen oder, guck hier siehst du? kann man da hochlaufen? nein, deswegen, warte, dann machst du hier ein bisschen höher und dann gerade oh, das wäre ein bisschen zu hoch warte mal was vielleicht benutzt man dafür diesen einen Viereckblock da um so eine gerade Fläche zu bauen der kannister kostet der kannister ein harter ja, ich muss das auch ich hab ein voll glaub ich egal äh, soll ich mal kurz die Alienwelt schon aktivieren? äh, ja okay dann kannst du das auch noch guter kriegen, ja ach so äh, ne, aber die brauche ich ja konstant ne, die brauchen nicht eine bestimmte andere Energie, sondern eine starke Energie also 50 Barzellin auf einmal mäßig, so ja, aber das kannst du mit erschienen ja, das kannst du mit erschienen ja, ja, ich hab den Eingewerungsblock kann man den Eingewerungsblock kann man den Eingewerungsblock aber ich glaub das ist perfekt gerade aber bei mir zu schießen ja, 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 ich weiß äh deswegen hab ich auch einen Eingewerungsblock ach, ja ah ah Sekunde, dann können wir hier umgehen ab jetzt das sollte reichen mhm Sekunde versuche ich mir eine gute Eingewerung zu finden ja, das sieht gut aus ist das eine gute Öde hier? was? okay, das machen wir auf gar keinen Fall mit den Batterien warum? das ist äh ich hab gar nicht hier fast eine ganze Palette dran gemacht, wir waren bei der Hälfte ah mal wieder später, wenn wir Energie haben also Sonnendinger ja, lass uns ein bisschen Generator gleich holen ne, ich mag die Öde nicht da kann man nicht hochlaufen glaub ich ja, dann mach halt hier, guck mach halt so nein, 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 wir machen's doch mal ein Stück höher Alter warte einfach Scheiße ja, gut so ja, oh, das ist perfekt glaub ich nein, das hat sich immer so ein bisschen zu oh, das ist gut mach mal nein, das ist drüber, das ist drüber, oder? nee, nee, mach mal test es doch mal geh mal hin jetzt mal äh das ist glaub ich ein bisschen zu tief ja, warte mal hä so so dann können wir auch direkt von der Base sehen ne, aber du weißt ja, dass dann die Dinger gebaggt haben ja, ich weiß deswegen ich find die warte mal so, warte ich glaub ich versteh's ich nicht, ich tu aber das ah ja, genau so dann mach einfach so genau ach so hä hä ist weggebackt ah ich glaub der wird verbraucht ja, aber zehnmal ich hab der eindeutig nicht zehnmal ich will nicht so ne richtig hässliches Loch bei uns haben lass uns hier hinten machen ach so, oh ich, nee, ich wollte ich wollte es ja, okay ja, ich wollte es nee ich wollte die Erde bauen nee, lass direkt ne Höhle bauen lass direkt ne Höhle bauen auf der Erde ja, ähm, ich wollte nicht Höhle bauen ich wollte gucken ob es sich da rein gebackt hat ja, ich weiß aber was meintest du mit Höhle für Erde? ja, äh, Höhleneingang für Erde ach so ach so das ist nicht ein bisschen zu schräg kannst du das auch holen ja, könnte vielleicht zu schräg egal ne, das geht ne, 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 ne ich bin mir noch nicht sicher, warte mal das lass ich dir auch machen na, wir müssen einfach auf der Ebene jetzt fahren hier, guck's dir an ne, 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 ne ich widerspricht nicht mal lass mich warte mal warte mal oh mein Sauerstoff ich hab's Icex guck's dir mal an welcher ist das? keine Ahnung per random hä, als ob man hier drüber nicht laufen kann guck's dir mal an ha ach, okay wir müssen einfach so lassen wir werden eh nicht so oft drüber springen äh wir werden schon bei einer KML-Anlösung gerade bauen was hast du getan? hm? alles richtig da sind überall richtig viele Mutfehler ja ich hab' einen missgeboten Boden hier wär' deine richtigen Boden, ja ich halt jetzt einfach steuerungen gedrückt da kann sich ja nichts ändern äh, ja das ist auch schön so, dann mach' ich jetzt erst mal das wichtigste hier bei Hartz ablegen ok ich brauch' ein N ich hoffe, äh, hast du Gemisch mitgenommen? ja ich weiß wo gemisch ist ich selber von gesehen aber so viel gemisch denkt nur an strom denn nicht mal so tables wie viel mich also ist hier so auf die Fakir hat sich nicht ein einziges Hartz mitnehmen der ist er in ihm und sei es Prozent auch die Zeit aus der Führung der Geräte Stoffdinger wie die Juli hast also nicht nicht so in den nächsten Mal mit wir haben Prozent wir werden Nein, 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 einer reicht. Das war keine Bitte, das war ne Aufforderung. Da, kleiner Drucker. Drehen und drehen. So, jetzt machen wir erstmal nen mittleren Drucker. Mach mal erstmal so nen kleinen Tisch, oder? Nee, warte, warte, lass mich. Ich will den Tisch auf. Für den mittelgroßen Drucker meinst du, gell? Ja, nein, für den Sauerstoff. Okay, ne, warte, warte. Ach so. Ja. Ah, ja. So. Alles schon. Mit Q-RTG betreibe ich ihn. Ja, das ist glaube ich nicht nötig, ich glaube der ist schon fast auf manchmal. Da, ist schon fertig, bevor du ihn dann geschlossen hast. Ey, guck mal, so wenig war die gar nicht. Ja, aber es füllt sich ja nicht auf. Stehst du? Ja. Wo steh ich den? Ich glaube den steh ich sogar auf die A-Mails. Ja, du weißt schon, dass er mit den Dinger verbunden sein muss. Ja, wir bauen hier so ne, so ne. Ja, außerdem müssen wir auch am Anfang den mittelgroßen Drucker hinbauen da, ne. Wo ist mein Kanister? Den hier bauen wir ganz kurz. Hä? Wie spielst du? Ich hab kurz die Plattform genommen, ne. Ja, hast du einen HZ für mich? Äh, ja, hier liegt das auf ihr, also zwei, drei Stück. Hast du gehört, ich hab kurz den Tisch genommen? Äh, ja. Ja. Weil wir brauchen kurz den mittellosen Drucker, haben wir hier eine große Plattform B. Von dem Art, was du mir gerade eben geklaut hast, du dummer Wichser. Plattform B. Ja, jetzt hier wirklich genau ein hartes Egalen, wo ich jetzt hier kurz hin. Guck dir mal an, komm mal hier, Herr Aisex. Bitte, bevor ich abhaufe ich hier einmal, dass du siehst. Komm her. Vielleicht, wenn du siehst hier nicht mal richtig. Guck dir an. Wenn ich hier einmal die Oberfläche abhaufe. Läufig, ja. Läufig, ja. Da habt ihr drei bekommen, glaub ich. Warte, ah, nee. 2. Jetzt drei. So. Jetzt kommt er Drucker, Plattform B. Ja, ok, das wird der Drucker, wir machen so viele die E ist. Ah, nicht rum. Ja, gleich. Wir haben noch Kurier, wo ist dein zweiter hin? Und was? Wo ist dein zweiter hin? Wo ist dein Q-RT-Generator? Wo ist mein Plattform? Hast du meinen? Ich schieb dich mal an. Warte, hör mich mal schon. Du hast ihn angeschlossen. Ey, das passt. Alter, hast du denn die langsam? Alter, krieg ich viel Luft abgezogen. Ey, sprung ich auch schon mal davon. Ich platziere schon mal hier die Exo-Chips und so. Dann würde ich dann schon mal... Gib mal die Bagina raus. Äh, was hab ich alles? So. So, was willst du von mir? So, alles gut. Gut. Ah! Der Tisch ist da. Du weißt, ich hab' gar kein Auge gedacht, wie du machst das. Was? Du bist die Frau in unserem Projekt. Ähm... Dann bin ich hier und die... Was ist denn das lila, ne? Ach so, das zeigt mein... Jack-Pack-Fuelern. So. Dann muss das größer Bauer noch umfüßchen, macht der... Wie, keine Materialien. Also keine Erde? Keine, keine, keine Erde. Kann sein, dass die... Kann sein, dass die... Übelst hier... Also das auf dem Planeten einfach extra Harz ist, weil... Da kann ich ne inventar voll mit Harz. Ich hab' jetzt ein Inventar voll Harz. Okay, ich glaub' ich weiß, wie es war. Wir machen jetzt so einen Halbkreis, ähm, mit dem Loch in den Wind. Wie letztes Mal. Ach so, jetzt wieder nach außen bauen? Oder nach innen? Hm, äh, was das hier ist, Strom für Schmarrn, weil es passt halt nicht, dass hier irgendwas gebraucht wird, aber... Ja, natürlich, aber ich mein' jetzt gerade. Ah, die sind nicht mit Strom verboten, also ich mal die Qualität geht drauf. So. Da. Äh, wo soll ich mein ganzes Hart hinlegen? Ja, ich fange hier schon an mit so Tischen mit Ressourcen oder man will... Oder anders. Wo ist das? Die zweite Rakete? Hallo. Wo ist die zweite Rakete? Wo ist die zweite Rakete? Bei dir da hinten noch, äh, wo du sie schon geparkt hast. Ah, nein. Heißer! Scheiße! Scheiße! Ich zeig' ich mit dem Fall auf die Säule. So. Zwei Stunden. Ist gestorben, ist ja lustig gewesen. Äh, wo soll ich mein ganzes Hartz hin tun? Äh, wo? Okay, ich glaub' die Alien Base. Geh Kolatz nicht weg. So, jetzt hat er das Ding im Strom. Warte, ich muss jetzt, äh, weiter Verbindung legen, für die Höhle. So. Große Plattform B. Immer wieder ein Halbkreis. Was? Hä, warum mach ich mein, mein Kalister hier hin? Oder kann man auch in die andere Richtung drehen, irgendwie? Was? Ding, äh, die Plattform. Oder kann man nur nach rechts drehen? Ah, ja, kann man auch in die andere, okay, gut. So, ich glaub' so ungefähr möchtest du ihn haben. Mach' ich schon hier die Drucker hin. Okay, so hattest du den kleinen Drucker, hattest du so. So. So, okay. Äh, dann mach' ich jetzt noch ein paar Platz von B. Oh, okay. Epper. Hier. Hier. Hier anschließend wo ist der Sauerstoffgenerator? Hä, ja, 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 ja. Was geht dann mal raus? Jo. Hallo, was? Da rinden. Oh, geil! Was passiert? Ne, jetzt haben wir halt hier einen Sauerstoff. Mal die Raketen wollen das denn? Ich mag' nicht, wenn die Ende der Welt sind. stehend ist eigentlich die zweite plattform von energie erweitern das kommt hier hin das kommt auch hier hin QRTG QTRTG so ein wie größer ach so ah ja so und da war er wie wie man hat das hier aber wie die ganze Ressourcen einfach in die Mitte von der Base oder wie ganze Ressourcen in die Mitte von der Base einfach ja dadurch aber auch am praktisch in der Nähe sind mäßig ja oder wir machen es halt einfach hinter die Geräte wie soll wenn man es einfach auf die Medien besser fällt nicht auf hier bester Energiequelle ist eigentlich an sich aus dem Planeten er war Kohlenstoff Generator der Geräte ist übelst krank gewesen aber hier sind die Sonne sogar sehr stark ja ja sehr stark sogar ja was ich hier wollte war warte mein Penis falsch zufällig bei meinem großen Generator das triggert mich wieder hä? das triggert mich nicht wieder äh was denn? gleich viel großen Generator äh Drucker meinst du? nein Generator Drucker doch warte Elias ruft mich an hallo Elias Melik wir wollten nochmal nachfragen ob sie jetzt Salami oder doch etwas sinken wollen äh wenn wir getragen ja bitte mit Pork Lena ok äh Melik ja ich hab Mario Kart 8 hat am Länger Malik ah hier ist unsere Mario Party mit i6 hat gesagt er holt sich äh ja siehst du da auch Lenny hallo Lenny also Tiktok sie möchte geschickt haben ja ja ok oh warte ich glaube gerade äh also i6 holt sich das nur wenn du auch dann öfter on kommt Melik bei Mario Kart 8 du kommst doch online wenn wenn wir Mario Kart haben gell ok gut dann tschau ja tschau ja tschau ja warte doch mal nee ich kann jetzt nicht ich bin gerade nein ich bin 36 was wir? astronieren ja was du Mario? ja 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 tschau warte ganz kurz ja ja aber auch nicht mehr mit was? ich habe ihn gestern gerne gerufen also direkt du hab ich war auch was oder ich hab ihn gestern nicht angerufen nr ich bin ja ok aber ich habe ihn gestern gerufen nr ok dann halt nicht äh tschau bis zum anderen ich habe vergessen dass die Aufnahmen haben ja super und da ist spannend fand jedes Gespräch ja stopp ha auf dann mache ich jetzt hier die Sachen 1 6 guck's dir an das geilste die geilste Erfindung in diesem Spiel ich so übelstwiegämisch ich habe irgendwann kann man so Roboter programmieren hier die Fahne dann so von einer Ressource bestimmte Sachen Gibt es Glaub ich nicht und hier gibt einen automatischen äh Ressourcen was hat da denn? es gab doch einen Automatikabteil äh äh dann kann ich mich jetzt nicht im Video erinnern zwei Wochen älteres war ja auch auf Steam nur aber also ich möchte die Not durchlese ich gucke mir das hat also ihr habt da ist eine Tüter schon ein paar zehn Stunden wie er sich angeguckt hat also ach so nur sagst du ich hab's nicht gemacht ja ok jetzt ist das stimmt ha 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 jetzt hab ich ja nicht ah ja wenn er das so nehmen ist das war ich leider noch gar nicht zehn Stunden wie er dann anguckt dein Weg lea lea äh wie macht man bitte große äh äh Stromleger hier Finsen unterreden Sonnenlicht Solar so äh Kupfer und Glas ok äh dann äh lass mal die 1cm vorgemacht dafür hab ich doch Aluminium mitgenommen damit wir mehr Herz herstellen können mit großer Druck hier äh hast du zwei Gemisch Nein hast du eins Nein Danke Jede ist ja für nichts nützlich doch für Wetter denn stellst du das ist aber nicht im PvP doch nö du bist einfach gestorben hey aber nicht in dem Mann nee nicht in dem Mann wie One doch doch ok die hat so mich angegriffen äh die die erinnert mich nicht mehr wofür braucht man gemisch außer für die Afer Verbindung später noch bist du schon wieder in der Höhle ich fange gerade aus Ammonium wieder Ammonium mhm also diesmal brauchen wir wieder Ammonium wofür und um wegzukommen von den Planeten glaube ich doch erinnert sich immer noch unterschiedlich warte was Ammonium ja Heiderson so hier er hat er hat sein wir feigen hat da ist ja Ammonium hast du gefahren Hallo 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 der gerade in der zukunftslich ist wie die anderen guckte wohl nicht mehr die reiche ich will an hallo und was ist er mir wird Prozent der auch so eine Aufnahme gehört okay der war es ja so gut ich hätte seine Zuschauer teilen können z die Göt wenn ich habe gesagt warum hast du die Gimpel Ammonium gekannt Fahre er war mal auch hier weil er nicht hier ist da will ich bei der Art der Welt umlautenden Video welchen in welchem Video in dem alten Video der NL-Nein Folge von uns sogar nehmen wir haben vielleicht nur noch ja ja okay wenn du einen kleiner kanister warte 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 ob ich was habe ja Beeilung warte Scheiße Beeil dich Oh nein okay scheiß auf Okay 3 2 1 und zieh dich auf Tschüss Tschüss